Hallo, Christiane von Madame Jordan hier. Der erste Griff geht oft bei der Frapp-Conversion an die Außenheit der Schulter, dass es da einfach zu eng ist. Das muss gar nicht sein. Packt euch das Ende einfach oben auf die Schulter drauf. Gerade bei einem größeren Kind habt ihr da wenig Gewicht drauf oder schiebt es, wie auf der anderen Seite bei mir jetzt gesehen, einfach zusammen. Aber das Schöne ist, wenn ihr das Schöne auf den Knochen an die Außenseite packt, dann habt ihr nämlich am dichter im Hals keinen Druck. Viel Freude!